Prozent übrigens lustig als so das hat so ich habe mich immer noch aus jetzt Prozent und das soll von Haus und die Nervan den ganzen Tag über drinnen war mit vergessen was auszumachen mit wobei ich ja ich sagen muss dass ich die momentan und kann die Follower weil die Spiegel momentan spielst sowieso nicht ganz in meinem Fall sind soll ich dafür aber nur mal kurz was zum Schnückel holen zwar Evalifin ist so ein Spiel das möchte ich bei Gronkhur selber gucken und Dark Souls 2 möchte ich auch noch bei UplayPG Murs geben wir selber gucken kannst du mir Bescheid sagen wenn du mal was anderes spielst dann schaue ich auf jeden Fall wieder vorbei ich habe auch ich habe einfach auch so viele Leute gefunden weißt du ich habe Korax gucke ich regelmäßig Nirex gucke ich regelmäßig Azorium gucke ich regelmäßig das sind einfach so viele Leute und dann auch noch nicht regelmäßig gucken wo du auch relativ häufig stehst oder viel zu viele viel zu viele streamer da komme ich eigentlich hinterher die alle reden nichts gucken und aktiv weil ich möchte auch noch dann aktiv gucken meiner müsste auch noch drin sein was noch keine Tinker Tours moin Tommi hallo ich habe nur die Lumber Axe aber nicht mehr hat mich so gerollt weil ich die jetzt wird es erst mal Zeit für meine Bastelstunde so nochmal ein bisschen umrühren ein bisschen zusammenkratzen so jetzt geht es zu viel gemacht das Schauspiel nochmal rein ja kein Problem wie ist das eigentlich Tommi wir haben gerade noch ein Ding ist am laufen einer wo ist es denn hier da eine eine Umfrage was ich nach Dinge spielen soll was ich nach Minecraft Infinity spielen soll und das ist das erste was braucht bei Modpacks gerade wegen 21 schmelzen was wegen zwei Doppelpunkt Ausrufezeichen schmelzen ja ich habe von den ganzen mal sowieso keine Ahnung ich will jetzt erst mal sowieso so ein bisschen was sammeln dass ich halt überhaupt irgendwas habe ein Ressourcen Musik schon wie alle die Leute kommen gar nicht in die Erde Musik rein zu posten es nervt nicht an Alpbord dass es keine Secondary Plays gibt also eine kleine Plays wo ich mein selber was rein machen kann dass ich das hat die Musik trotzdem weiter spielt ist echt gerade nix im Spiel schade ein Ohr zwei Ingers ach 2 zu 1 ach ja klar Mensch also dass du Wot 1 hatte das ist genommen oder das ist auf der Beier klar wie sind denn jetzt sowieso ist aus das ist wirklich jetzt mal habt ihr alle gewartet sagt mal alle bitte ob ihr alle gewartet habt weil Sushi moin Sushi hallo hallo habe ich jetzt auch mal willst auch worten Sushi oder dann habe ich auch gar nicht gefordert aber mit dem Handy habe ich noch gefordert übrigens schönen Abend ja wo ist das auch da du redest momentan so viel da komme ich gar nicht inzwischen ja ich sollt ich sollt ich bin halt im Streamer dann habe ich auch noch gar nicht gefordert weil wie gesagt ich habe vor kurzem mal meine meine Liste ein bisschen geleert weil ich halt so viele Leute gefordert hatte weil die halt alle ähm Sushi hallo ja abgekupfert aus Dragonheart ja ja kann ich das abbauen nein nicht ich habe keine Eisenspitze das ist schlecht ja aber ich habe vor kurzem hatte ich meine meine Liste mal ein bisschen geleert wenn ich alles follow ist nix böse oder so dass ich richtig voll hat habe ist einfach nur weil ich halt einfach so viele Leute hatte und so viele geile Leute hatte nicht alle gucken wollte was Dani das wirst sie ein hallo bekommen beim stream scheiße da hast du ein geils Mikro näher und denn das ist Evangelion müsste ich auch noch gucken ebenfalls einen schönen Abend so ein ganz neuer geiles Mikro findest du ich finde das ist jetzt nicht so mega geil was ich habe das ist okay aber das ist das was ich eigentlich mehr brauche ich auch nicht ehrlich gesagt und daher bevor ich so viele momenten mit destiny das sind drei Arena Events total geil gut bekommt destiny ist weiß gar nicht ist das monatlich oder ist das also monatliches bezahlen oder ist das paid buy to play also halt wie zb das kreuz online montan darf man alles in der bestimmte richtung kein rechtsrock und so was also rechte musik nein ich bin zwar nicht so der fan von von dem ganzen rap und kram aber in halt das läuft dann dann dass ich dann laufen aber ich bin ja nicht so der fan da müssen ja auch damit rechnen als ich sage jetzt hat man rap und hip hop und kram ist einfach nicht mein fall also von daher jetzt habe ich blut gelebt und werde los süchtig ich weiß dass nie ist auch so ein bisschen spiel das wurde auch nur playstation und halt kostet monat für auch 99 ich habe keine playstation 3 ich habe nur eine video rumstehen ich habe es auch noch eine playstation 2 das problem ist aber nur dass die playstation 2 ich weiß gar nicht überhaupt noch laufen würden sind auch schon etwas halt und daher weil immer das selbere kürze denn wir so habe ich jetzt hier ist aber nicht schlimm da haben wir wissen schon auf jeden was ist aber nicht schlimm da war mit der station plus auch immer und das spiel kostet was bekommt in wert von 15 euro und das einmal einmal in justice mehr von 70 euro das problem ist halt auch einfach das ist mir wahrscheinlich auch gar nicht so lassen können weil ich habe gesagt auch kein kostenlosen unter uns aufs konto also man kann man ausrechten musik als request du kannst auch irgendein ich weiß gar nicht was für eine für eine maximale länger der grad ist also ich glaube es gibt gar nicht maximal länger aber es hat zu lang wird ich denke mal so im ich würde sagen maximal zehn minuten leute weil die andere wurde auch noch drankommen wenn die wenn die place wirklich voll ist die kann maximal zwei schlieder requesten das kann ich auch nicht ändern das ist ein nightboard leider so drinnen alter mobot er hat gestern total rumgesprochen er hat die song gibt und er hat keine kommen nicht mehr angenommen hat gar nichts mehr angenommen die song requesten nicht mehr und deswegen ja ich bin die tension aber auf dem schwann das ist und er ist halt maximal zehn minuten zeug so die sagen haben sie vielleicht auch was längeres das problem seit dem anderen wollen hat auch mal dran kommen und da ich nur maximal vier stunden ist prima ist auch nur die ganze zeit die zu machen ne 6 euro 90 kostet das monatlich aber kauft immer drei monate für 14 99 das ist ja keine sieben stunden das mutter stop 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 nix ist nein bei sind sie übertrieben und auch keine zehn stunden muss er zehn stunden diese selbst eine halbe stunde von einem liter müssen bekloppt in der zeit wenn du eine halbe stunde ein gut ist ok da war es nicht auch was spielen sushi hast eigentlich in letzter zeit überhaupt mal extrem wenn ich meine ich das natürlich mit aber das sind so gesagt relativ selten das problem ist auch manchmal der nightboard spack auch manchmal rum und nimmst manchmal nicht an deswegen das sieht lustig aus wie sie müssen aus wie schrift fällt mir gerade auf wirklich so ein bisschen an matrix oder so ein bisschen an die schrift vom einen ring aus der der ring aus der hatte keine zeit und lust habe ich nichts verpasst wie er manchmal wie sagt er der 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 day board der spieler manchmal ein bisschen rum und nimmt die einem net an dann müsste ich dann immer so eine meldung kommen ja das so schiebe sorgen blöbeles sind etwa die kür manchmal macht er das nicht da muss ich das manuell einfügen ich weiß nicht wieso und ich kann auch kein editor einfügen im nightboard das heißt ja nur was auch nicht runter ist auch irgendwann mal wieder eine wette machen wie in der wette und eigentlich setzt dann habe ich geguckt ob du sind und das konnte ich einfach mal zu ja es hat mein kraft ich weiß dass er wieder mann sache und ja wenn er nicht etwas einfügen könnte bei dem ding dann könnte ich auch lust als editor einfügen dass er das macht aber sie kenne ich sogar von dir das ist doch von dir auch okay das hat doch mal auf dem auto gelaufen wenn ich ihm die gefahren bin so also wenn er was buch entschuldigung und er war es eine videobequessert ist too long ente ente 10 minuten lang ist klar ist klar alter keine idee aber ich glaube das würde den kleinen hier ja mich nett weil ich habe gerade keine kopfhörer auf und das habe ich ausgeschlossen scheiße ich muss noch ein mann jetzt rein machen so jetzt hat man es auch wieder außerdem merke ich gerade dass die so wie du 100 prozent volumen so ok das ist viel grad drin neu wo ich finde das gerade richtig gut das finde ich gut ich gesagt ist general wir haben das erst mal verwachter aber etwas kleinere wird kürzere Mesen образом meine dann sind sie wenn die noch begl jotka controlled mit der zeit und das zehn minuten ente 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 t habe ich mich auf es aber zu sich ist nicht nur Leithir mauer esempio nun mehr holds Das ist so ein verblüßtes Lied, Alter. Ich weiß aber schon was die da singen, ne? Ja, ja. In dem Lied. Ich schaff sogar die 10 Stunden Version. Bei solchen Versionen bin ich meistens nach... Ich werde schätzen, 4 Minuten oder so überfordert und schalte ab. Das ist ehrlich. So, jetzt brauche ich noch einmal noch ein... Ja. Eigentlich ist das schon ein bisschen grenzwertig, jetzt mit dem Lied, sonst es gerade läuft. Wieso? Ja, weil der Gestöne mit drin ist. Spiegelt nur meine innere Seele wieder, das ist okay. Ja, das ist eindeutig. Ich kenne den ja schon 5 Jahre und den muss nur schon 5 Jahre lang ertragen. Das sieht man da schon immer dran. Na so wie ist ein Pudding. Das kenne ich nicht. Das habe ich eigentlich noch auf und ist gerade weg. Die Comments. Äh, will einer von euch noch abstimmen. Ansonsten werde ich die Poyles closen. Ja, ich werde die Poyles closen. Gutes Deutsch. Ich wollte eine neue Spielzeuge machen, ne? Oh. Oh. Aha. So, danke. Dann habe ich es. Da... Oder eben der Adopt-Song. Da gibt es auch eine 10-Stunden-Version. Ich habe mich ja gestern gehört. Aber egal, war es eigentlich recht lustig gewesen, ehrlich gesagt. Also, das ist voll ungewohnt, dass ich jetzt wieder Stein wechselt habe, hätte ich gesagt, weil... Äh, ich bin das gar nicht mehr gewöhnt. Weil ich habe ja auf dem Server, habe ich ja nur, äh, Eisen wie der Menge. Und daher spielt es ja immer noch, oder wie. Ah, ne, jetzt kommt dieses, ich finde, Temptation von Tommy Silverlock, Tommy. Klingt nach Mütteralter, Mütteralter, äh, Lock-Dingens, die er einfach auf den Nyan-Tales. Kann ich pausieren? Kann ich. Wir helfen ja vor... Schauen wir mal, wie lange wir... Äh, kann ich einmal noch wieder pressen, der Vultub noch privat stehen? Musst du ausprobieren. Aber ich glaube nicht, weil, äh, der Bot greift sich die Videos ab und wenn die auch nicht zur Verfügung stehen, wird er, glaube ich, einfach nichts abspielen. So, ich, 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 ich mache jetzt mal ganz Schlimmes, ich müte jetzt mal. Ich in diechaft! Was ist nie , es ist?